Jugendverbandsarbeit ist ein großer Bestandteil der kirchlichen Jugendarbeit. Neben den Ministrantinnen und Ministranten gibt es verschiedene Jugendverbände, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die KJG, die KSJ, die CAJ, die Landjugendbewegung und sicherlich viele andere auch noch. Die alle aufzuzählen würde ziemlich lang brauchen, aber alle sind sie organisiert im Dachverband, dem Bund Deutscher Katholischer Jugend, dem BDKJ. Das Ziel der Jugendverbände ist, Kirche auf demokratische Art und Weise mitzugestalten. Das heißt, über Wahlen Leitungen zu wählen, über wenig hierarchische Strukturen auch Jugendarbeit und Kirche zu gestalten. Aber die kirchlichen Jugendverbände positionieren sich auch politisch, gesellschaftlich und kirchlich, machen sie ihre Stimme laut und bringen sich ein in die Gestaltung von Kirche und Gesellschaft. Und als Pastoralreferent oder Pastoralreferentin kannst du, wenn du vielleicht einen Jugendverbandarbeitshintergrund hast, auch eine ganz tolle Stelle in der Jugendverbandsarbeit finden, sei es als Referentin, Referent oder als geistliche Verbandsleitung.